Herr Peters, hören Sie uns? Hallo. Papa, wach auf! Wo bin ich? Was ist passiert? Bleiben Sie ganz ruhig. Sie sind im Krankenhaus. Ihre Kinder haben Ihnen das Leben gerettet. Ihre Kinder haben Ihnen das Leben gerettet. Danke, Lisa und Samuel. Wir müssen noch ein paar Tests mit Ihnen machen. Das sieht gut aus. Die Stammzellen haben gewirkt. Die Stammzellen haben gewirkt. Werde ich wieder gesund? Machen Sie sich keine Sorgen. Sie werden wieder gesund. Aber es wird eine Weile dauern. Wie lange muss Papa noch hierbleiben, Doktor? In ein paar Tagen kann er nach Hause gehen. Er muss sich aber viel erholen. Wir kümmern uns um ihn. Wir kümmern uns um ihn. Ein paar Tage später. Papa, du hast ja wieder Haare. Mir geht es schon viel besser. Danke euch noch einmal. Ohne euch hätte ich es nicht geschafft. Alles gut. Wir mussten nur in ein Labor einbrechen. Alles gut. Wir mussten nur in ein Labor einbrechen. Ihr seid in ein Labor eingebrochen? Ja, aber die Leute waren voll nett. Der Polizist hat uns sogar ins Krankenhaus gefahren. Geht es dir gut, Papa? Was hast du? Was ist hier los? Was ist passiert, Doktor? Ich dachte, Papa ist wieder gesund. Ich dachte, Papa ist wieder gesund. Ist das normal? Eigentlich sollte so etwas nicht passieren. Ich muss mir das noch einmal anschauen. Maria, gib mir das Skalpell, bitte. Hier, Doktor. Na, dann schauen wir mal. Ach, du heiliger Krapfen. Nein, das kann nicht sein. Nein, das kann nicht sein. Was ist los, Doktor? Der Krebs. Er ist wieder da. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Aber der Krebs ist wieder da. Wie kann das sein? Ich habe keine Ahnung. Sie haben gesagt, die Stammzellen helfen ihm. Sie haben gesagt, die Stammzellen helfen ihm. So einen Fall hatten wir noch nie. Wir gehen noch einmal ins Labor. Dort gibt es noch mehr Stammzellen. Das wird nicht funktionieren. Wir können etwas anderes versuchen. Aber ich kann nichts versprechen. Was sollen wir tun? Wir können zu Doktor Wunder in Italien gehen. Wir können zu Doktor Wunder in Italien gehen. Er hat dir damals auch geholfen. Okay, tun wir es. Wie lange fliegen wir? In zwei Stunden sind wir in Italien. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Jede Minute zählt. Fliegen wir los? Kannst du dich noch erinnern, Lisa? Damals hat Doktor Wunder dein Leben gerettet. Ja, ich kann mich erinnern. Hoffentlich kann der Doktor Papa auch helfen. Hoffentlich kann der Doktor Papa auch helfen. Ich bin zuversichtlich. Der Doktor hat meistens eine Lösung. Sind wir hier richtig? Hier sieht es komisch aus. Und es stinkt. Wir sind gleich da. Da vorne ist die Praxis von Doktor Wunder. Da vorne ist die Praxis von Doktor Wunder. Hallo Thomas. Was macht ihr wieder hier? Lisa, geht es deinem Herzen wieder schlecht? Nein, mir geht es gut. Wir sind wegen Lisas Papa hier. Was hat er? Er hat seit ein paar Wochen Blutkrebs. Ach, das sollte kein Problem sein. Ich habe hier noch ein paar Stammzellen. Wir haben ihm schon Stammzellen gegeben. Wir haben ihm schon Stammzellen gegeben. Bist du dir sicher? Ja, zu 100%. Das ist eigenartig. Eigentlich sollte er geheilt sein. Eigentlich sollte er geheilt sein. Bitte wartet draußen. Das muss ich mir anschauen. Ist es möglich? Hat er etwa... Nein, das kann nicht sein. Diese Krankheit gibt es nicht mehr. Diese Krankheit gibt es nicht mehr. Es ist wahr. Es gibt nur eine Möglichkeit. Wie sieht es aus, Doktor? Ich war am Anfang nicht sicher. Aber es steht fest. Er hat eine sehr seltene und böse Art von Krebs. Er hat eine sehr seltene und böse Art von Krebs. Diese Krankheit gab es vor vielen Jahren. Eigentlich müsste sie ausgestorben sein. Was können wir tun, um ihm zu helfen? Es gibt nur eine Möglichkeit, Lisa. Was ist es? Er braucht eine Rückenmarkspende. Wo finde ich dieses Rückenmark? Wo finde ich dieses Rückenmark? Na, in deinem Körper. Das Rückenmark muss von jemandem aus der Familie sein. Ansonsten funktioniert es nicht. Ich bin doch hier. Wo ist das Problem? Das Problem ist das Risiko. Erklärst du es, Thomas? Oder soll ich? Kann hier einer mal Klartext reden? Kann hier einer mal Klartext reden? Ich mache das. Das Problem bei der Knochenmarkspende ist, dass du dabei sterben kannst, Lisa. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 50%. Lisa, ich weiß, du willst deinen Vater retten. Aber das ist keine gute Idee. Der Eingriff ist viel zu gefährlich. Gibt es keine andere Möglichkeit? Nein, es gibt keine andere Option. Nein, es gibt keine andere Option. Entweder dein Vater bekommt das Knochenmark, oder er wird sterben. Ich muss kurz frische Luft schnappen. Sie hätten ihr davon nicht erzählen sollen. Sie hätten ihr davon nicht erzählen sollen. Der Eingriff ist viel zu riskant. Die Wahrscheinlichkeit liegt jetzt bei Lisa. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Du hast den Doktor gehört. Es kann sein, dass du stirbst. Es ist Papas einzige Chance, Samuel. Ich muss es tun. Er würde es sich nie verzeihen, wenn dir etwas passiert. Er würde es sich nie verzeihen, wenn dir etwas passiert. Ich kann nicht tatenlos zusehen. Während Papa stirbt, ich werde es tun. Also, Lisa, wie hast du dich entschieden? Ich will das Knochenmark spenden. Lisa, bitte tu das nicht. Du musst nicht immer die Heldin sein. Du musst nicht immer die Heldin sein. Du bist zu jung für dieses Risiko. Ich habe mich schon entschieden. Ich habe mich schon entschieden. Tun Sie es. Ganz, wie du willst. Samuel, ich habe eine Bitte. Ja, Lisa? Wenn ich es nicht schaffe, sag Papa, dass ich ihn liebe. Wenn ich es nicht schaffe, sag Papa, dass ich ihn liebe. Sag so etwas nicht. Du schaffst das auf jeden Fall. Schlaf jetzt, Lisa. Dann können wir beginnen. Bitte seien Sie vorsichtig, Doktor. Ich mache das nicht zum ersten Mal. Ich mache das nicht zum ersten Mal. Ich weiß, was ich tue. Fangen wir an. Wir nehmen das Knochenmark von dir. Wir nehmen das Knochenmark von dir und geben es dir. Und geben es dir. Hat es funktioniert? Was ist hier los? Was ist mit Lisa? Lisa, hörst du mich? Sie wacht nicht auf. Oh mein Gott. Sie wacht nicht auf. Oh mein Gott. Sie wacht nicht auf. Frage an euch. Wo ist Doktor Wunder? A. Brasilien B. Spanien oder C. in Italien? Schreibt einen Kommentar und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.